Hallo und willkommen zurück im Haukenland. Zurzeit sind nur Cyrus und ich im Teamspeak. Cyrus guckt sich meine Soup an, solltet ihr vielleicht auch mal tun. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung von YouTube. Bei Twitch leider noch nicht, da sollte ich das vielleicht nochmal eintragen. Für alle, die es nicht wissen, kann ich jetzt nochmal eben gucken. URL ist rotzkocher.soup.io Und da könnt ihr euch dann mal gerne durchscrollen. Manche sagen sogar, sie hätten das schon mal ganz durchgescrollt. Und ich bin einer davon. Gestern war ich stehen geblieben quasi im Herrenhaus von Schulin. Was immer geiler wird. Jetzt macht er sich schon Gedanken um die Innenausstattung. Mal schauen, was er dann dahin zaubern wird. Aber definitiv wollte ich eigentlich mal gucken, wie ich denn da überhaupt einen Aufzuchter in dieses tolle Treppenhaus kann man ja nicht sagen. Ist ja dann eher ein... Glas-Türmchen. Baut. Äh, falls ich das vergessen haben sollte. Ja. Jetzt sollte ich mir noch ein bisschen Glas auf Tasche packen. Und, äh, so eine Idee habe ich ja schon, wie ich das mache. Ich werde, äh, für die Wasserfläche werde ich auch WorldEdit benutzen, weil das ist mir sonst, äh... Quatsch. Irgendwie doch ein bisschen zu lästig. Da per Eimerchen da das Wasser dann in den Schacht rein zu editieren. Deswegen werde ich das mal mit WorldEdit machen. Ja, es sollte erst mal reichen. Zwei Seiten im Grunde. Politik mit Gestalten. Oh, der Rösler ganz vorne dabei. Ja. Keine Pfeile mehr. Oh, und gleich zwei von den Kadetten. Na, ihr steht mir da eigentlich zu nah an meinen MFSUs. Ich habe Angst, dass ich sie kaputt mache. Na, kommt doch einfach mit. Ich lade euch ein. Wo sind meine Hunde, wenn man sie mal braucht? Ja, jetzt gibt es aber aufs Gesicht hier. Aufs Fleischlose. Mit dem Hämmerchen. Armselig. Ja, da brauchst du nicht rumknurren. Da hättest du mal helfen kommen können. Töle. Ach so, sitzt da oben rum und hat sich das alles schön angeguckt. Ich glaube, Takt. Ja, Glas habe ich vier Eier. Ihr wisst, wo ihr hin müsst. Nehme ich mir mal denn stattdessen mit. Habe ich mir hier mal so ein... Das ist ja mal ein cooles Outfit, verdammt Mädel da. Na, wie so ein Steampunk-Kostüm. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ja, so ein Mehl mit so einem beigefarbenen Kloppteil mit so einem Puffärmel. Und dann unten so abgebunden. Und dann trägt die so eine Corsage dazu mit irgendwie so einem... Punk... Ja, so, so, äh, Steampunk, ja. Ja, 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 ja. Ja, Flammenwerfer. Hm, ich sollte noch ein paar Pfeile mitnehmen. So, da kann ich auch mal meine Axt verstauen. Ach, der ist alles immer noch voll mit Holz. Und hier auch. Lampen. Hier einen Mist einstecken, das ist sensationell. Achso, da habe ich sogar noch... Stackglas-Scheiben. Der Baum. Wo er ein Stück in der Mitte fehlt und da drunter steht so Minecraft-Fragezeichen. Ah, da bist du aber auch schon echt fortgeschritten. Ja, ich scroll mich da gerade durch. Hallo. Die Bilder der letzten Jahre. Meine Suppe aus dem Internet. Jede Menge kurioser Scheiß und animierte GIFs, die ich gefunden habe. Die Batterie für den Ring rausholen und eigentlich müsste ich die Rüstung mal gegen den Quantum Pack austauschen. Nehmen wir dann noch ein frisches Paar Socken. Lass ich einfach hier. Ach ja, und... Eine Batterie für den Ring, bitte. So, das Glas hier mal auf Tasche. Und dann werde ich mal gucken gehen. Jippie. Das Fahrrad ist ja hart vorne in der Muttersäge dran. Oh, Mann. Zim, zim, zim. Ah, nein. Da war ich etwas zu vorheilig. Huh. Yeah. Ähm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, gut. Der Feldweg da, 80 kmh. Challenge accepted. War nicht schlecht. Muss ich mich doch nochmal eben orientieren. Weil ich das jetzt nämlich auch schon wieder vergimmt habe. Äh, die Ecke war es. Hier wollte ich es eigentlich hin machen. Na, hier sieht es eigentlich nämlich ganz gut aus. Na gut, bis auf das. Aber das ist ja zu verzeihen. Dann könnte ich nämlich hingehen. Und... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ähm. Da so. ja der müsste hier und ja das hier eine Millenium Falken Eiswürfel Form ja ganz exklusiv das ist ja mal cool wo sind wir denn hier überhaupt 1 2 3 ich nehm die 3 aber so ihr habt es mir gewählt um zu lenken denn nicht ob sie denken ich nehm ich nehm die 3 ich nehm die 3 ich nehm die 3 ja 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 auch krass ja auch krass wie gesagt das ist aus Jahren gesammelt ich weiß gar nicht wo du da schon bist fast unten ja das bleibt die Frage ja 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 ich sollte das ist das ist ja 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 oh ja 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 aus. Ja, kann ich mir auf dem Weg nach unten Gedanken zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das ist ja also, das ist ja inzwischen industrialisiert worden, weil in Amiland scheint es inzwischen Usus zu sein, dass man sich für seine Haustiere da auch irgendwelche Kostümchen kaufen kann, so König der Löwen oder so für seinen Chihuahua. Ja, die sind krank, ja, äh, äh, Position gesetzt. kann ich dann eigentlich wegmachen. Kann ich dann eigentlich Ohne ... Set irgendwas Aber das Irgendwas muss ich jetzt erst mal gucken Eins, zwei oder drei Das ist keine Hexerei Es lädt, 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 lädt Was ist denn, wo ist denn der Unterschied hier? Acht oder neun Probieren wir das mal aus Ist das auf mich oder in Bewegung? Ich kann es gerade nicht abschätzen So, jetzt kommt Crash-Test Jetzt geht ab Oh, jetzt sieht auch schon tierisch-flächig aus Uh, so Okay Das war lustig Direkt nochmal Das wird flashig Ja, geil, Omat Ein bisschen Glas, wo wir noch ein Ticken höher bauen hier Ja, und tschüss Hm, das ist lustig Ja, bin mal gespannt, wenn das in voller Funktion ist Wie das dann so kommt Kann ich das da gleich auch nochmal weghacken? Dahinter Ja, da muss eigentlich noch viel höher Du 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 Die Vornamen eurer dicken Kinder interessiert niemanden. Es geht aufwärts... 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 ... hhhhhhhhhhh blub blub Ich muss ja hier einfach noch mal herunter springen, das macht so n' Spaß Ähm Da. Ich muss halt bis jetzt erstmal mit ner Fackel kennzeichnen, damit ich überhaupt weiß, wo ich hier wieder rauskomme. Nun ja. Na, Idee, 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 um... Da hab ich doch... eine Idee... Dann werde ich hingehen... Und dann... Oh, ist das schlecht, ey. Klaus und Klaus, der Radetzky-Rap, oh man. Da möchte man sich glatt das Hirn rausschießen. Ja, wenn ich Radetzky-Marsch höre, muss ich immer an Bonduelle denken. Das hat sich in meiner Kindheit so eingebrannt. Dabei war Frischgemüse aus der Dose schon immer scheiße. Oh, geht. Schmeckt da nicht viel Unterflieh. Doch. Also ob der jetzt... Tiefkühl oder Dosenpumpers... Oh, ich schon, ey. Oh, ich schon, ich bin... Ich bin... Oh, ich bin... Oh, ich bin... Oh, ich bin... Oh, ich bin... Na, le Createur, de Touren... Äh, de Texturen Pack. ja ich guck gerade mal muss dafür geben deine pyramide auch mal habe lapis und diamant noch ein bisschen geändert und war eigentlich ganz schön fand ich ja gut ob das auch schön aussieht vielleicht sogar noch schöner musst du mal ohne rüstung probieren darunter zu springen wahrscheinlich wäre der effekt derselbe aber jetzt brauche ich erstmal lampen kann ich ja mal gucken das habe ich ja nämlich noch gar nicht aufgelöst das geheimnis von gestern wo ich die ganze anderthalb stunden dran rumgeastet habe wie viel stacks haben wir 12 24 nicht ganz 36 ungefähr die hälfte von dem was ich eigentlich brauche wenn nicht sogar noch weniger so jetzt muss ich hier mal einen krassen einschnitt machen damit ich da mal ran kann ich bin so jetzt so ich ver Jetzt hole ich mir aber erstmal die Schienen hier, weil dafür bin ich dann doch zu geizig. Knaarzt! Knarrt's! Nun gut. So geht's doch wesentlich besser. Keine Hampel. Nö, ich hab mich wieder umgeändert. Sieht dann doch scheiße aus. Ja, das soll's ja nicht. Upp. Und Falla, hast du die aktuelle Folge von Walking Dead gesehen? Jo. Was soll denn dieser Moralapostel von Rick? Das ist ja wohl jetzt klar gescheuert, oder? Ja, ist halt ein Twist. Ich kann das so für ihn nachvollziehen. Aber ob's richtig war... Ich hab immer schon Leute umgelegt, die als Bedrohung nachher nachstanden. Was soll denn der Quatsch? Naja, stimmt ja. Ja, wer weiß was jetzt passiert war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die weg ist. Ich kann mir eher vorstellen, dass die auf den Governor trifft. Das war. Das kann sein, ja. Der hat ja noch gar keine Rolle gespielt in dieser Staffel. Na ja, der wird auf jeden Fall wieder kommen. Jetzt können wir nochmal ein bisschen was abzocken hier. Oh ja, sehr nice. Ein paar Level dabei. Handgehackte Hohle, ja, handgehackte Hohle, genau. Handgehackte Hohle, genau. Handgehackte Hohle, genau. Oh. Uh. Ja. Mhm. Mhm. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auch wenn es jetzt nicht so ganz richtig ist, aber ich glaube ich platziere es da mal. Scheiben an Glas, aber nicht diese. Es macht auf jeden Fall schon mal Spaß und über die Farbgestaltung und den Aufzuchtbau werde ich mir später nochmal Gedanken machen. Jetzt gucke ich erstmal, was Driesenon macht. Ah, da ist er, ja. Und tschach. Ah, du hast Besuch, wie ich sehe. Das ist schon direkt Action hier. Was? Das ist schon direkt Action hier. Dann gibt man in seine Scheune und da kommt so ein Viech an. Das ist auch ein bisschen duster hier, ne? Ach, hier sind wir. Gerade am überlegen, das passt da alles nicht zusammen. Ist ja jetzt auch so ein Haukenthalhäuschen hingebaut, ey. War gerade ein bisschen desorientiert. Passte alles nicht zusammen. Ist aber kein Birkenholz. Deswegen auch. Brauchst du immer noch Erd werden? Im Moment nicht. Die Aktion ist ja auch zeitlich begrenzt. Wenn weg, dann weg. Ja, aber sehr schön hier mit dem Geländer und so. Ja, habe ich mal ein bisschen mit dem Glöckchen gespielt. Extremst aufwendig. Doppelseitig, Glas, Holz, Alter. Und dann auch noch nicht mal. Dann war noch selber gerecht, alles. Ja. Respekt. Das kann was. Das kann was. Flippers and Sharks Dressens Hochhäuser Eine automatische Kürbis-Erntemaschine Also eine automatische Melonen-Erntemaschine Aber ich will das jetzt mal nicht auslösen Sonst muss ich ja da den Ramsch neu setzen Naja, na ne, lass mal Oh, wo geht's denn hier hin? Ach, das könnte der Ja, das könnte der Abstieg zum Bahnhof sein Ey, der ist ja total schön, Mann Er geht hier durch einen Spawner Ich würde einen anständigen Tunnel runter machen Nicht so ne Scheiße, ey Weil das natürlich auf der Langen ist es fesch, aber Hier fehlt sogar einer Ne, aber das ist ja Nein, das ist nicht perpetrisch Das ist alles gleichzeitig Alles gleichzeitig Aber wieso ist da teilweise Wolle auf der Wand Und teilweise Wolle in der Wand Nein, das ist ja gar nicht mehr als Zigarette rät Nein, das ist ja gar nicht mehr als Zigarette rät Das dauert ja Das kam mir die Tage gar nicht so lang vor Wir sind gleich da Ne, das macht nichts Wir sind ein Mehrgenerationen-Raumschiff Wie sieht das denn hier aus? Ja, ja Ja Oben ist es teilweise Orient-Express Und unten sieht das aus wie Dritte Klasse auf der Titanic Ja, das ist natürlich ganz neckisch Aber hier so Wenn, dann würde ich das symmetrisch machen So Stein, Kobbel, Stein, Kobbel, Stein Ja, das würde ja sogar passen Und ein Türchen würde ich hinmachen Gegen Gezumpel Ja Da kann ich ihm ja sogar noch einen Melonomaten hinbauen Ja Das mit dem Kaktusgrün funktioniert auch Muss ich mir mal eine schicke Vorlage raussuchen Wie gesagt, ich habe da schon eine gewisse Vorstellung Wie es da nachher aussehen soll Da in diesem Freefall Tower Ähm Ich habe da schon wieder einen Bauten Schon wieder einen Bauten Ähm 1,2,3 1,2,3 o so schwarze wolle brauche ich eh nur einen ich würde den redstone nicht weg tun sollen dann werde ich mir mal eben einen flitzebogen zusammen trümmern der stream hakelt so komisch jetzt nicht mehr ja so einen schönen dispenser gebaut ein schild hier müsste ich auch noch irgendwo haben 2-0 hier unten drin äh 3 brauche ich und der knopf 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 ein mal mit wasser müsste ich eigentlich auch haben oh ist ja sehr schön rechte es schon hier muss ich mal gucken oh wie schön gold ja hat sich doch gelohnt auf oh die 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 Depp, 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 depp. Äh... Ach, ne. Och, ne. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, sieht doch gut aus. Untertitelung des ZDF, 2020 So. Und jetzt müsste ich eigentlich nur noch eben nach Nordhaugen kuddern. Wenn ich denn ein Auto dabei hätte, habe ich aber nicht. Jetzt wieder typisch rießen. Baut einen Bahnhof ohne Minenkarten. Es zieht. Baut einen Bahnhof ohne Minenkarten. Was man da sonst noch für nehmen kann. Da ist die Fahrt mit den Pistons natürlich einiges effizienter. Da braucht man nämlich nicht rumrennen und rumhacken. Aber das ist halt eine ganz frühe Melonenfarm, die ich hier gebaut habe. Optimiert. Das ist halt eine ganz frühe Melonenfarm. 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 Das ist doch eine kaputt gemacht. Aber das Wetter ist genau wie es auch draußen ist. So richtig mies, kalt, pissiger Regen. Ah, das ist gut. Das sieht aus wie Kroll und Röhm hier. Das sieht aus wie Kroll und Röhm hier. 2, 3, 4, 5, 6, 4. Dann werde ich wahrscheinlich durch alle Reihen einmal pflügen müssen. Dann denke ich mal habe ich den Spender vollbestückt. Das sieht aus wie Kroll und Röhm. 2, 4, 6, 9, 4, 20. So. Vollbestückt hier. Robel auf. Sehr gut. Nom 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 nom. So. 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 Wir sind grüß��. Möchtet ihr wirklich selber keine Minenkarte rein? Naja Irgendwie ist es mir zu lästig Dahin So Jetzt wird hier Hallo Intensiv geforscht Invertierte Lämpchen Was können wir denn noch bauen? Magenta Eine rote Lampe Aus Rosenrot Rosemarie Ähm Dazu noch mal ein paar Röschen Mach mir Rosen Danke Danke, reicht Echt Öhm hmmm na komm schon Ja, die halten lange nicht so weit vor, wie irgendwie Fleisch oder so. Äh, Rosenrot. Und dann habe ich hier noch ein paar Glasscheibchen. So. Äh, ach nee. Da habe ich ja wieder einen Arbeitsschritt vergessen. Das habe ich vorhin gerade umgewandelt. Naja, egal. Tudü. So. Das. Das. Das und das. Jetzt kann ich nämlich hingehen. Und da brauche ich noch ein Glas für. Ah, ich habe keins mehr. Oh mein. Kommt schon. Wird schon wieder ganz hibbelig. So derbe verrechnet. Die Teile. Die Teile. Ich kann sich direkt mal aus dem Inventar schmeißen, sonst sehe ich die nicht mehr. So. Wech. 18 rote Lampen. Und noch reichlich Luma über. Das Grün hatte ich. Was gibt es denn noch? Gelb. Aus Löwenzahn gelb. Und dafür brauchen wir erstmal Redstone. Äh, komm. Irgendwo da wusste ich es doch. Ach, habe ich nämlich doch... So, jetzt habe ich aber nur noch vier davon. Aber ich glaube, ich hatte da noch ein bisschen gelbe Bläumchen, die kann ich dann nochmal direkt umwandeln. So, da, zack. Ja, Glas war das Problem. Etliche Stacks verbaut gestern, äh, vorgestern. Oh, ich muss mal Klamotten abladen. Ja, total vollgepackt wieder. Ja, knurren kannste. Aber wenn Herrchen angegriffen wird von zwei Skeletten, dann ist nix zu hören. Oh, nein, das weg. Ähm... Was ist das? So... 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 29 gelbe Lampen Das ist alles noch viel zu wenig Oh, das ist brutal. Ähm, ne, nicht weg, geh mal her. Yes. Ich muss mich jetzt erstmal eine Zeit lang von Melonen ernähren, die müssen weg. Kein Platz mehr, kein Platz mehr. Jo, achso, ja, Red Storm brauche ich. Reichlich. Davon habe ich nur noch 15. Ah, ne, da, 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 da. Zack. So. Äh, noch ein Stack. Ich jetzt... Jetzt habe ich kein Holz dabei. Doch. Nee. Das hat schon wieder nicht gereicht. Ja, irgendwie sind meine mathematischen Fähigkeiten heute etwas eingeschränkt. Ja, wie sonst eigentlich auch immer, aber heute ganz besonders. Vor allen Dingen so viel Glasscheiben habe ich auch wieder gar nicht. Du großartig. So. Naja, immerhin. 56 orangene Lampen. Das sollte auf jeden Fall reichen, um da einmal rumzukommen. Irgendwie. Was können wir denn noch machen? Pink. Ja, pink. Psyan. Das türkiser Wolle. Indigo. Und ein Kaktusgrün. Und ein Kaktusgrün. Und ein Kaktusgrün. Eingesammelt unterwegs Ja je So, dann machen wir schon Stelle dessen mal hier Ja, auch das sollte reichen Ach, das ist doch Aber schon wieder Drei Keulen weg hier Ich muss echt öfter essen Wenn ich nur Melonen friss Komisch, dabei muss ich nie pipi Ist auch gut, weil das Klo ist da ganz hinten Lecker zu Hause Heimelig Ant Camille Ne, ich packe das hier mal mit in die Lampenkiste Das ist doch Das ist doch Das ist doch Das ist doch Ich muss mich hier mit Kackteem bis zu unten fallen einstecken Ach, ey Pink habe ich auch noch Boah, nur hin und her Geräume hier Werde ich mir mal eine als Gute Nachtlicht ins Schlafzimmer Bappen Nämlich so Ach, ja Das sieht doch schön aus Also ich finde, das sieht gut aus Das sieht doch aus Was zum Geier? Was zum Geier? Das kann sich nur noch um Stunden handeln Das nimmt sich seriös lange Zeit Da ist kein Platz mehr für Eier Eier Passt doch nur noch ein Brot hier rein Muss ich ein bisschen mit aufpassen Weil die Dinger kann man irgendwie immer trinken Regenerieren irgendwie drei oder so Ne, mehr vier Ach Treibstoff alle Auch das noch Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen Weil ich hier nämlich schon diverses an Holzkohle gemacht habe Für den Hochofen Tja, Kohle sollte wirklich gar kein Problem sein Ja, Rinder Da wird nicht groß abgezählt Direkt reingestopft Alles was geht Muss man aber auch mal ordentlich die Bude zu qualmen hier Ich hab ja noch nicht mal einen Schornstein oben drauf Obwohl das sähe auch ein bisschen lächerlich aus Und eine 128 Quadratmeter Ne, ist ja dann mehr 128 Meter Mal 128 Meter Hoch 2 Ja Ja Die äh Sähe mit Schornstein ein bisschen lächerlich aus, glaub ich Aber nur so ein ganz klein wenig Das kann alles ewig dauern hier Ich gehst das auch rammelvoll Mit irrenken Scheiß Goldstaub Ein Amber Block Ja, davon brauche ich noch reichlich von Amber Blöcken Ja, ich hoffe ihr habt mich jetzt nicht ließen gehört Katastrophe Katastrophe Wird vielleicht hinten ausgespuckt oder vielleicht recycelt, wer weiß es schon Schau mal dann mal Kann ich noch die Wolle wieder abladen, weil der Melonomat ja fertig ist bei Dresden Ich hab die Wolle wieder abladen, aber ich hab das nicht Aber jetzt ist das nicht ganz klein Ich hab das nicht 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 ein paar Leben Level 28 Redstone und zwar reichlich S.E.I.C.E Glasscheiben vergessen Ich hab mich doch grade da ausgeräumt, ja Öhm Ach nöööööö Das war's für heute. Ja, mal gespannt, wie viel da rumkommt hier. Ja, ist Konzentration. Ja, super, eine Scheibe fehlt. Ist ja wie er heldinhaft. Ja. Da sind doch schon nette Farbspielereien. So, what's next? Das hab ich doch gerade gebaut. Das war's für heute. Oh. Kaktusgrün und Knochenmehl. Kochschon. Oh, no. Ja, definitiv hellgrün würde ich mal sagen. Hm. Oh. 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 Oh ja, da kommt doch noch einiges. Das brutzelt lecker vor sich. So, 15 Scheiben ist viel zu wenig. So. Oh. 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 Oh, nein, ey. Wieder zu wenig Redstone-Fackel. Stufen-Galor. So, jetzt aber schön die Lämpchen, ihre Zlichtenchen. So, na komm schon. So, na komm schon. So, na komm schon. Ich kann nur noch gucken nach einem Motiv, das mich vollends überzeugt. Oder vielmehr einem Screenshot, den ich dafür brauche. So, na komm schon. Was ist denn ein Roadlight? Road. Plastic Sheets. Steinziegel. Da macht man sich eine Road raus. Und, äh, Roadlight. Ja, äh, nur was soll das wiederum können? Da geht's ja. Da geht's. Da geht's. Da geht's. poi da. Fahre in Bricks und noch was? Ja. 4 Roads, das habe ich schon. 4 Roads, das habe ich schon. Ok. Okay. Ist das so ein lichtimitierender Stein, oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist natürlich auch total günstig jetzt. Das macht schon ordentlich hell. Das macht schon ordentlich hell. Das macht schon ordentlich hell. Also, unser Arschlö canse ich raus. Gelb, das ist okay! Das ist ein Lied. Das ist ein Lied. Das ist ein Lied. Das ist ein Lied. 2014 Das ist ein Lied. Körger, cream. Körger! Ah, super. Schon wieder voll mit irgendeinem... Ich finde das sieht gut aus. Ähm... Ich finde das sieht gut aus. Wie wäre das jetzt nochmal? So, nein, ach Quatsch. Plastik-Shit, brauche ich? Dass ich das immer vergimp alles, ey. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, eins, zwei, vier, fünf, sechs. Ähm, hallo? Ja, sehr nice. So, eins, zwei, vier, fünf, sechs. 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 Ich mach mal eben dunkel, wa? Ja, mach mal. Oh. Ja, geht doch. Ja, geht doch. Ich finde, das sieht fesch aus. Ja, geht doch. 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 Ja, ja, geht doch. Meine, ja, geht doch. Meine, ja, geht doch. Ja, ich bin, ja. Ja, ich bin, ja, ich bin, ja. ja, ich bin, ich bin, ich甚, ja. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach du Schreck Ja, so ist das hier Da gibt es dann auch schon mal Wasserausbruch Weil hier war überall Wasser Das habe ich mehr oder weniger trocken gelegt Deswegen hört man es auch noch Pletschern teilweise So Man hört da nämlich nicht mehr auf mit dem Trinken Auch wenn man schon satt ist Jo Jetzt habe ich auch keine Steinchen mehr Und Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Boah, so zwölf Stück werde ich noch brauchen Aber die werde ich da morgen bauen und setzen Weil ich finde das ist eigentlich recht schön Wenn man nämlich hier so lang geht Gibt es ja hier so keine direkte Beleuchtung Sondern eben nur noch diese Steine Und eigentlich Ja Na ja Was gefällt euch besser? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben Entweder hier Oder bei YouTube Egal wo ihr es seht Hoffe ich Es hat euch zumindest ein bisschen gefallen Also ich habe Spaß am Zocken Und ich hoffe das kommt auch so ein bisschen rüber Auch wenn ich nicht immer viel da war Oder mich über manche Sachen aufrechte Aber ich Habe Sehr viel Spaß Und Wie gesagt Wenn ihr guckt Und es mögt Dann gebt mir einen Daumen nach oben Abonniert mich Und erzählt es euren Freunden Ich sage mal bis morgen Ich bin raus